Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Diamant Typed Vlog. Heute live im Livestream, damit ich mich endlich mal dazu durchringe, dieses Spiel fertig zu machen, was ich jetzt ungefähr seit gefühlten 5000 Jahren Laufe habe. Deswegen würde ich sagen, wir starten los und wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir noch das Galaktikgebäude fertig machen. Das heißt kurz reingehen, vorne einbrechen, alle auf die Nuss geben und Master of Desaster werden. Danke. Jetzt mal gucken, was können wir eigentlich so lassen. Wie gesagt, wenn wir jetzt hier im Livestream sind, will die Qualität jetzt nicht gerade so normal sein, wie ich es vorher aufgenommen habe. Aber wie gesagt, es ist jetzt einfach mal, um mich durchzuregen, das Spiel fertig aufzunehmen. Denn wir sitzen doch schon ein bisschen länger dran und hier wollte ich nicht rein. Und es nimmt mich böse, wenn ich hier nur wieder mal kurz mich muten muss, aber die Erkältung hat es mir wieder angetan und ja, dann komme ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so gut zum Aufnehmen und alles. Das ist halt so ein Problem, was ich gerade so ein bisschen habe. Okay, Gengar, alles klar. Du kannst jetzt schon schweben, oder? Ich mich hier nicht täusche. Äh, Eroas. Wohl fliegen wir intelligenter gewesen. Das wird wehtun. Obwohl es ist ein Gengar. Kurze kleine Unterbreche, ich muss niesen. Nicht gut. Obwohl es ist ein Grabiger Label. Untertitelung des ZDF, 2020 Bin ich froh, dass ich ein Mikrofon jetzt habe, das ich bluten kann. Das ist sehr praktisch. Ähm, so. Kommen wir mal wieder zum Text und wie gesagt, tut mir leid. Blöder Kältung halt. Was wollen wir machen? Okay, ein paar Dräht, alles klar. Das ist jetzt ein bisschen unbrauchig. So, auf den Weg gefallen, sehr gut. Oh man, das fühlt sich wie eine Ewigkeit an das Auto zu nehmen. Ok, im Lockdown können wir drin bleiben. Und wie es mir immer nicht reicht. Immer wieder gleich im Mist. Und heute geht's durch den Nachhinein. Müsste ich hier hinten und dann musste ich da oben. Äh. Let's fight out. Ah, die Bettchen. Puh, shit. Na? Hi Mega und willkommen im Stream. Yeah. Schon an? Yes. So früh schon, ich dachte erst 20 Uhr. Nein, geil. Ja, ich mach heute einen Aufnahmestream, damit ich die ja manchmal fertig krieg. Echt? Ja. Ich hab jetzt keinen Bock alles wieder umzubauen. Na? Ich dachte es gibt Starforks und zutrönen und sowas. Mal gucken. Na ja. Na ja. Wie gesagt, ich hab jetzt nicht großartig Lust umzubauen. Ah, okay, 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 dann ist es halt Diamant. Also wir dröhnen uns heute nicht zu. Ach doch, wir dröhnen uns mit der vierten Generation dicht. Okay, ja, vielleicht haben die, vielleicht gibt's da auch Stoff. Oh nein, eine Werbung, Hilfe! Ach, die Fanta-Werbung. Ach, Mann. Wieso musst du schweben, das Ding? Beste für Werbung ist die Bambucha-Werbung, aber okay. Bambucha, das war cool. Das gibt's nicht. Oh Mann, jetzt krieg ich nochmal eine Werbung reingehauen. Was ist denn das? Das geht jetzt ab. Ach so, das war immer noch die Fanta-Werbung. Gab's denn die noch verlängert, die netten Kerle? Alles wird verlängert. Genau. Okay, hier hat er noch einen Slime und einen coolen Sprite. Ey, yo, was geht? Okay. Okay, cool. Ein Swarm-Port. Ein Bibitak. Ein Wunayra. Minya, Ninjask, Mogelbaum und etwas zum Schlägen. Ah, wie immer reicht es nicht, weil Vetsprit einfach dick ist. Ah, Hilfe! Oh Mann, jetzt hat sich der ganze Scheiß wieder zweimal geöffnet. Oh, ich hasse das, wenn das passiert. Mit dem doppelten Spaß. Ich bin gerade so hohl, dass es mir gleich weh tut. Ich wollte auf Leben brühe, nicht auf Surfer. Also die Pokémon, die man kämpft, sind random, oder wie? Ja, und ich glaube, ich töte gleich meinen Teampartner. Okay, mein Maid wird ab. Danke, Blendpuder! Ja, ich habe am Anfang zweimal Blendpuder gefunden, war lustig. Oh, der eine versucht, Quathähnchen zu machen, okay. Warte mal, ich muss nochmal kurz nochmal neu öffnen. Das ist immer das Problem. So, einmal öffnen, nicht zweimal öffnen. Nicht zweimal öffnen hier! Nicht zweimal öffnen. Nicht zweimal öffnen. Nicht zweimal öffnen. Okay, ah, ein Gräbkopf, okay, cool. Aber da war kein Tier. Natürlich packt er jetzt noch das Manna Vieh aus. Weil der hat natürlich gute Sammlung. Ja. Hat er sich ein bisschen Mühe gegeben. Sind die Pokémon auch random, nur hier, die man auch fangen kann? Yes, alles random. Also ein bisschen wie Blu- also ein bisschen wie Bloody Platin, aber nicht so krass wie Bloody Platin. Es ist so ähnlich wie Bloody Platin, nur dass ich halt den Randomizer komplett selbst eingestellt habe. Okay. Das heißt, wenn Akios kommt, kommt halt eins. Ja, also das ist noch so Alpha-Version, Bloody Platin, so in dem. Ja, es ist jetzt nicht, dass die Trainer Level angehoben sind und sowas, nee. Also das ist halt so ein bisschen ohne G so ein bisschen. Also ohne den G-Rang halt. Oh Gott, welcher war es nochmal? Also auch zuerst. Oh mein Gott, jetzt sehe ich etwas Zweideutiges auf der Karte, was mir früher nie so aufgefallen ist. Hm? Ich meine, er hat ja diese Dynamos. Achte mal auf die. Ich weiß zwar jetzt nicht, was Naro im Dings hat, aber okay. Ach, sie hat Naro auch das Problem, es geht mehrmals auf. Das hatte ich eben nämlich auch gehabt. Bei mir hat es aber nur gedoppelt und nicht ge-vier- oder fünffacht oder so. Mal, eigentlich nicht. Ah, knapp. Ah, okay. Cyrus, schon los. Gott sei Dank ist das nicht Platin, dann würde es ewig gehen. Hm. Da setzen wir uns nochmal einen Traum, so in dem Sinn. Die Zähne ist aber, irgendwie ist die Zähne ein bisschen aus Saphonia City geklaut, irgendwie. Also irgendwie netzt mich das. Ja, ich habe es ganz vergessen, ihn vorzulesen. Ach, I don't care. Hm. Der Nerische Trainer, der glaubt, das Team Galaktik aufhalten zu können. Ich bin nicht Nerisch, ich bin einfach göttlich. Das ist so das Problem, was er hat. Na ja, der hat irgendwie so ein bisschen da Giovanni imitiert. Also nicht imitiert, ich meine hier der Aufbau halt irgendwie mit den Teleportern. Natürlich hat er Empolion. Ich liebe dieses Mensch auch, das ist mein Gott. Guck mal, wie das denn rausgeht. Oh, Napoleon! Weg, um sich aufzuklären. Wir spielen hier eine Wet Log, in Kombination mit einer Type Log, ne? Wenn du dich jetzt fragst, wieso ich dich nicht zu dem, in dem Pokémon wechseln darf. Okay. Und das waren Schmerzen. Komm schon, Schlamm-Bombe. Äh, die Kamikaze-Deepin? Wo ist die Deepin? Welche Deepin? Hm? Was ist jetzt Deepin? Soll ich jetzt nicht mit der Diebin halt jetzt verstanden nennen? Wir haben hier eine Kamikaze-Dean-Beat. Ah, ich klär das gleich, vielleicht noch nicht. Okay, pium. Naja... Der Beste ist schon bei Cyrus aber nicht. Hätte er eigentlich normalerweise einen Hypert reinpfeifen können. Hätte er, wenn er wollte. Ja. Weißt du, irgendwann hoffe ich mal einen ovalen Stein zu finden. Aber mein Glück ist doch schlecht. Da sind die Item gelockt. Also, ja. Umprogrammiert. Natürlich hast du Bedrohung. Alles andere wäre auch sinnlos in dieser Generation. Noch cool. Äh, wer ist denn, wenn er so ein Evolid hätte? Evolid gibt es als der fünfte. Ja. Das war lustig. Gott sei Dank. Hat er gesagt. Das wäre lustig. Hör auf mit Supertränken zu schummeln. Ja, der ist nicht mehr der beste Schummler. Ja, der hätte einen Hypertrank reinpfeifen können. Aber nein. Top Geneser. Wenn schon, denn schon. Also wie gesagt. Man kann sagen, Cyrus ist von allen Bossen ein bisschen der zugetrönteste. Wenn du verstehst, was ich meine. Äh, in die Teilung. Hm? Was? In die Teilung. Und bitte, äh, Twitch nicht abkacken hier. Twitch nicht abkacken, Twitch. Jetzt schummeln wir, aber jetzt auch mit Supertränken. Okay. Ach, ich kann auch wirklich schummeln, das ist nicht das Problem. Das imitieren wir ihn ein bisschen. Gipfel wäre es noch, wenn der Snubbel denkt, es sei schon eine Fee. Hey, ganz ehrlich, Schnubbel als Fee ist der größte Mumpet. Es hat mich ja aufgeregt, als ich meinen Grambol von der vierten Generation, äh, rüber getauscht hatte. Und dann so, ja, Kopffluss hat keinen Step mehr. Nice. Jetzt. Das ist echt nicht so. Ich habe die Karte. Seid hin, da bist du, aber ich hab dich noch gemacht. Und jetzt, bevor du kommst. Den kommt so an. Den kommt noch an. Und dann, bevor du kommst. Der kommt auch mit ihm. hattet ihr nicht genügend Gummibärchen, keine zwei Packungen Gummibärchen weißt du, ich hab die jetzt nur ausprobiert, die Gummibärchen von jeder Sorte eins, ob es mir schmeckt was für ne Sorte ist denn das, ja was für ne Sorte ist denn das, ist das da mit so Fruchtsaft, die sind eigentlich ganz gut ne, irgendwelche sauren, die einfach nicht sauer sind achso, so möchte gern Gummibärchen brauchen ja ok denn statt es rum zu reichen, hätte sie sich ruhig mitnehmen können Emotionen, Geister also wie gesagt, ich mach auch ab und zu ganz andere Sachen mit Gummibärchen ich baue Häuser, ich bin langweilig na, oder so ob ich es gerade halt, ich muss heute noch meine Zähne zurückklauen ob ich es gerade halt oh cool ja, doch, Nico war heute beim Zahnarzt ich glaub, das Menthol schlägt zu achso ja, da gibt's auch tolle Sachen beim Zahnarzt so ist es nicht jetzt überlege ich es deswegen hat man, glaub ich, heutzutage auch weniger Angst vor dem Zahnarzt weil man weiß, man kriegt, es gibt gute Stöffchen hm? gut Stöffchen es gibt gut Stöffchen ich weiß, was mein Freund ist, ich habe einen Mogelbaum mit einem Minus angriffswesen Ja, der gute Stoff halt Klasse, genau das Pokémon, was dieses Pärchen auseinander nimmt Ich und mein Scheißglück, ey Okay, der Trainer ist einfach nur doof Gott sei Dank, keine Doppelkicks Oder kein Himmelheb Bei Himmelheb hätte ich jetzt richtig Angst gehabt Ist halt kein Original-Chick Ist halt nur auf Käfighaltung, was nicht gut ist Erst auf Freilandhaltung wäre es besser gewesen Und Porygon-Z, boah Ja, da war es sicher, als er sich das gecraftet hat Aber zu der Zeit ein richtig starkes Pokémon Also ist es immer noch Sieht zwar so lala aus, aber es war immer gefürchtet Das ist doch immer noch ein Yu-Yu-Tür-Pokémon So ein chinesisches Züchtküchen, ja genau, das war es Oh Gott, es hat Genesung Da hätte es aber Porygon-Zwei, es wäre besser gewesen Hätte draußen Porygon-Zwei gelassen Das wäre es rücklicher gewesen Mit Evolid, ja Ja Wieso muss der Sack jetzt auf Genesung gehen Weil er ein bisschen zugetrönt ist Nein, der Nerv Das macht er den Höhenflug Und jetzt kommt noch ein Altaria Mega-Flausch incoming Ich will aber nicht sagen, aber Ich glaube, der hat wirklich Höhenflieger genommen So hat er auch seine Pokémon irgendwie erzogen, weißt du Genau Dann mal ein Höhenflug mit Porygon Alles was fliegt Genau Natürlich kriegen wir die Paralyse Alles andere hätte uns ja auch Ja, da hat er jetzt ein bisschen zu viel geraucht Jetzt legen wir ein bisschen von den Rauch ab Und wir kriegen einen Grit Ja gut Wir beschmeißen den jetzt mit Steinchen Wollen wir den Switch eigentlich auf elegante Weise Oder auf die richtige Weise drücken? Dann Dann